hallo und herzlich willkommen zu nederfeendrache gegen vollstrecke der gordok greif an los greif nicht genau greif an du schaffst es los du schaffst ich glaube an dich ich glaube an dich scheiß viel machen wir es halt selber ist ganz schön riesig der junge ich kann das noch nicht haben wir gerade eine rückwärtsseite gemacht wie geil sind wir denn egal wir waren stehen geblieben bei allergie test für die dies nicht wissen allergie test man kriegt also man kriegt nicht also es wird verschiedene auswahlkriterien werden da getroffen gegen was überhaupt getestet wird gegen polngräser sonstiges oder gegen tierische sachen bei namens mittel werden eher selten getestet das kriegt man dann eher zufällig mit wenn man dann unverträglichkeit hat nein habe ich den getötet okay wir sagen mal kurz wieder neuen magier also man kriegt da sondern das ist eine apparatur kann man sich vorstellen wie zwei rosenzweige nebeneinander mit den ganzen dornen das ist halt nicht überall dort sind sondern es ist ein dorn jeder zentimeter und die sind mit ganz leicht sind die mit den allergen bestrichen wo das kleine kapsel drin die auf platzen so genau weiß ich das nicht weißt du dass da die allergen auf jeden fall drin sind jetzt muss man jetzt ganz so verstellen dass der arzt kommt du bist immer noch nicht jetzt genau dass der arzt also kommt ich kann das noch nicht wusste nicht mal mitnehmen was ein schwachsinn hier zum dritten mal der arzt kommt drückt das ganze auf den auf den unterarm schön auf die innenseite auch richtig was von hat und dann guckt man welche dieser einstichpunkte schwellen an wie stark stellen sie an und was für schmerzen hat der patient das mit den schmerzen es wird ehrlich geguckt aber es tut schon weh vor allem weil es halt so unglaublich das ist als wenn ein da ich glaube 10 10 sachen sind gleichzeitig drauf heißt 20 insgesamt zwei reihen wenn man da 20 punkte auf dem arm hat von den 17 anschwellen und juckeln wie sau das ist ganz leicht scheiße aber nur so ein bisschen ja das drückt einmal so drauf der arm dreht völlig am rad jucken wie ihr sau und der arzt stellt fest ohr sie haben recht sind doch gegen alles allergisch ich meine ich verstehe dass man das testet weil muss ja gucken was wirklich weil man zwar schon dreimal gemacht hat wenn der patient dann sagt ich habe dagegen allergie und der arzt glaub ich glaube ich das war ja wir haben den scheiß magier besorgt die quatsch noch zusammen so geil hat so geil stimmt so gar nicht im schattenbruch er düsterbruch die schattenbruch schattenbruch war was anderes so ein schild brauchen wir nicht den kopf brauchen wir auch nicht dann am meisten geld bringt das schild schild ihr quatscht weiter ja nein ach so das war von dem anderen typen noch das kommt ihr euch ja gerade durchlesen schon geil hat die macht verliegen ja sind eigentlich ein bricht kasten jetzt wo ich gerade hier das ist wohl schon wieder sehr irgendwie nicht ne Schade. Ja, Lokta, Lokta. Ich hab die Jungs umgeklatscht, die du wolltest. Ach, da sagst du gar nichts mehr zu. Na dann. Die Macht der Scheibenbrecher. Der Schattenhammer meint also, hier eine Uge-Armee ausstellen zu können? Mitten im Gebiet der Horde? Das werden wir sehen. Uge respektiert nur eins. Stärke. Ich möchte, dass ihr bei der Zeremonie von Shogal ein Attentat verebt, Syndros. Reißt die teure Düsterbruchs auf und begebt euch in die Menge der Anwesenden, ermordet sie. Ui, oh, alles klar. Ich muss dafür nicht zufällig... ...in die Instanz? Ja, nein, vielleicht... ...antwortet ihr nicht. Uch, ui, ui, ui. Vielleicht sollte ich das nicht so weit heller weiter wegstellen. Ja, also das zu den Allergien... ...soweit erst mal... ...das nicht Schöne. Ich meine, es ist dann nur so wenig... ...dass man dann keine allergische Reaktion im ganzen Körper hat, sondern wirklich nur am Arm. ...aber nervig ist es trotzdem. Und die Übersensibilisierung läuft dann über... ...was heißt es gibt mehrere... ...es gibt einmal eine über ein Jahr... ...und ich glaube, es gibt auch eine über drei Jahre. ...dass man halt regelmäßig Tabletten einnehmen muss... ...in denen die Allergene drin sind... ...damit man langsam an die Allergene... ...ist wie impfen. ...damit die Stoffe im Körper sind... ...dagegen Antikörper gebildet werden... ...alles klar, gestört keinen mehr. Dass der Körper nicht jedes Mal... ...wenn so ein Allergene kommt, sagt... ...Äh... ...Panikreaktion. Aber mal gucken. Weil ich sollte das schon mal machen... ...aber dann hatte ich danach... ...jahrelang keine Probleme mehr... ...oder keine dollen Probleme. Mal sporadisch irgendwo... ...wenn der Polnflug besonders doll war. Deswegen haben wir es dann irgendwann wieder verschoben. Als Kind hatte ich es oft... ...da war Sommer immer... ...ich meine, ich war eh... ...oder, ich bin es ja immer noch... ...so ein kleines Zockerkind, aber... ...da war es denn so... ...doch stark... ...störend. Ist das eigentlich euer Ernst, dass man jetzt... ...in Instanzen einfach so reinlaufen kann? Und davor sind doch normalerweise immer noch die Tore. Und ich bin der Meinung... ...geht es hier rein, ja. Ich bin der Meinung, dass Düsterbruch... ...Düsterbruch vorne am Tor anfängt. Dann komm, hör auf, Junge. Als wenn du den Schnitt erhättest. ...dass man nicht so weit reinlaufen musste. Weil jetzt bin ich ja... ...bin ja fast da. Da ist nämlich ein Eingang. Geil. Ich denke nicht, dass ich da rein muss. ...bricht das Tor auf. Ich würde sagen, ich suche das... ...und wir sehen uns wieder, wenn ich es gefunden habe. Ich würde sagen, ich würde es jetzt... Und ich habe es gefunden. Gleichzeitig. Das hier ist doch... Ach, das war's. Ja, dann auf die andere Seite und umhauen. Ja. Systematische Vernichtung. Da hat schon mal jemand anderes von geredet und hat dann auch auf die Fresse bekommen. Das mit den Erfolgen ist natürlich nervig. Das muss ich ausstellen. Weil das interessiert uns ja echt gar nicht. Ich kann das nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Ganz ehrlich, soll ich jetzt da reinhüpfen oder was? Ich stelle die Schattenhammer-Zeremonie. Seht, über die Welt vor euren Augen wurde gerichtet. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Alle sollen sterben unter den Elementen. Brennt und ertrinkt und zerbrecht und erstickt. Schließt euch uns an und ergebt euch dem unvermeidbaren Ende. Die Macht des Meisters Ruf. Ihr werdet wiedergeboren. Stärker als das Bleib. Du bist gelöste Stärke. Unendliche Macht. Kann der mal ein bisschen schneller reden? Hört mir gehorsam. Der Meister verlangt. Der sieht und verlangt und hungert. Und ihr werdet nach meinem Bilde neu erschaffen. Wartet! Ungläubiger! Ein Ketzer unter uns. Ja, hier bin ich. Zeigt euch meine Ober. Erschlag dieses Insekten. Auch wenn ihr wohnt. Noch nicht bereit. Was ist das für ein Attentat? Hallo, hier bin ich. Kommt doch runter. Ist doch kein Attentat, Junge. Auch wenn ihr wohnt. Gäste bist du das geil und gespielt. Da habe ich Attentate verübt. Da bin ich nicht einfach. Ich habe gesagt, hallo, hier bin ich. Ach, schon geil, dein Ernst. Ich habe dir schon so auf die Fresse gehauen, ja? Ganz ehrlich. Geh weg. Ja? Wer kommt? Wer hilft? Ach, du. Tod und Verderben, Schwestern? Schwestern? Räuber, der Steinbrecher, ist Schwestern? Ich will ja nicht sagen, dass da was nicht stimmen kann, aber... Na ja. Ja, oh, Hanitz prügele ich mal um, weil ich prügele ihn sicher nicht um. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Wenn man die Quests auf Max-Stufe macht. Ich kann das noch nicht tun. Hey, komm, hau mal drauf. Zack, One-Hit. Oh, doch nicht. Da oft drauf zu hauen. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. So, keine Sorge, zur nächsten Folge ist der Scheiß da aus. Gerade sowas hier. Ich hasse es, Makros zu spammen. Für Glückwünsche. Sowas sollte man schreiben, wenn man es ernst meint, aber nicht... So eine Sache, dass man irgendwo aufklopft drückt und das durchgespampt wird. So, da ich nicht von hier reingekommen bin, weiß ich natürlich auch nicht, wie man von hier rauskommt. Aber ich hoffe... Was bringt uns die Gilde eigentlich? Die Gilde bringt uns. Können wir mal gucken. 10% mehr Reisegeschwindigkeit. Schön. Verrät die Abklappzeiten des Rohrsteins. Schön. Beschwerden Gildenkiste. Ist mir scheißegal. Schneller als der Tod. Wiederbelebung. Kriegen wir mehr Gesundheit und sind schneller, während wir tot sind. Auch gut. In-Game-Posts zwischen Gild-Mitgliedern, ja... Pfff... Interessiert mich nicht. Und Massenwiederbelebung ist ganz interessant für uns noch nicht. Das war's, was die Gilde hat. Das ist auch okay. Kriegen wir weniger... Nicht wesentlich mehr Erfahrung und alles. Da war der Ausgang, ne? Ja. Suche nach mehreren. Der Erfolg ist geil. Suche nach mehreren. Nach mehr, suche nach mehreren, suche nach mehr, mehr, mehreren. Ja, wie ihr vielleicht erkannt habt, auf Ungoro spiele ich, falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Kann ich das nicht nebenbei ausstellen? Interface... Interface... Ähm... Nein? Ist hier keine Interaktion mit irgendetwas? Das möchte ich nicht... Ach, genau. Ich weiß wo. Wobei der Erfolg kann ich nicht ausblenden, oder? Ich kann nur Gesamtgilde ausblenden, oder nicht? Ähm... Gehe... Ne... Extra für die Gilde kann ich das nicht einstellen. Bilden Ankündigung, Bilden Chat... Den Bilden Chat möchte ich ja weiterhin behalten. Und dann werde ich mir mal angucken, ob ich das irgendwo ausstellen kann. Weil den Gilden-Chat will ich behalten. Ich will bloß die Erfolge nicht haben. Nee, kann ich hier nirgendwo extra ausstellen. Naja, gucke ich mir an. Hallöchen Ohrhan, du warst ja... Warum muss ich jetzt eigentlich hin und ihr erklären, was passiert ist? Sie war doch dabei. Das war der巡邦, wie es ist. Wir haben es geschafft. Shogal wurde von euch absolut gedemütigt. Seine Diener sind tot, die Gordogs sind in alle Richtungen verstreut. Und alle werden von der Macht der Horde erfahren. Lokta, Xendoros. Ihr habt euch eure Belohnung redlich verdient. Cool. Dann gibt mir den Bogen, den ich dir gleich zurückverkaufe. Auf nach Camp Moyach. Moyach oder Moyatche? Ich weiß es nicht. Ihr habt sehr gute Arbeit geleistet, Sindoras. Nun, da der Schattenhammer erniedrigt und die Gordoni blutend und verletzt zurückgelassen wurden, werden wir unser Augenmerk auf unseren wahren Kampf mit der Allianz richten können. Es wird Zeit in Anspruch nehmen, unsere Streitmächte auszubauen, um mit den Nachtelfen mithalten zu können, die diesen Ort verpesten. Ich werde euch nach Camp Mujache, östlich von hier vorausschicken. Es gibt dort Probleme und wir können nicht zulassen, dass noch mehr Gebiete der Horde besetzt werden. Gespräch mit Häuptling Geisterhorn im Camp. Gut. Wir nennen es ab jetzt nur noch das Camp. Und auf dem Weg verprügeln wir den Haustiertypen. Ja, am Tausendnadeln. Da will ich eh hin. Allen tauglichen Mitgliedern der Horde wird hiermit befohlen, sich umgegend bei Niese im Rastwinkel zu melden. Rastwinkel? Das sind Tausendnadeln? Ne, in den Düstermarschen. Wusste ich's doch. Mal gucken, vielleicht kommen wir da eh vorbei. Moment, hier sind wir gerade an was vorbeigefahren. Hier müsste doch irgendwo auch gleich der Haustiertyp sein. Ich wollte nämlich eigentlich einen Wildtierführer. Immer wieder ein bisschen Finde ich doof. Noch alles eingesammelt. Guck mal da, der Film hat mich schon angefixt. Das ist ja schön. 2013 habe ich das letzte Mal gespielt. Das ist aber schon sportlich lange her. Wer war das? Kramdith. Kramdith. 87. 87. Dann darf er dann darf er jetzt gerade Panda spielen. Ach, was freue ich mich darauf. Aber das muss ich ja jetzt nicht nochmal. Guck, der verrät, er ist also ein Oh, ja, alles klar. Junge, ich hau dir aus dem Maul. Dieses Haus, der kann es erst agieren. Kratz und ein Tänzler, okay. Einfach mal drauf. Ach, du bist ein Dracht? Ausweichen? Bist du dumm? Ach, um 100%? Ja, wir wollten es ja nicht übertragen. Zwei Runden lang. Was ist denn verkehrt mit dem Vieh? Feilung? 25% magische Fähigkeiten verursacht mehr Schaden. Magische Fähigkeiten? Bist du dumm, Drachkin? Du hast doch gar keine magische Fähigkeiten. Außer Mondlicht vielleicht. Gut. Hauen wir mal im Maul. Wir machen ja mehr Schaden. Vollidiot. Wie lange wirkt denn dieses Ausweichen? Jetzt tut der mir nochmal richtig weh. Wobei das Tröpfchen darf eigentlich sterben. Ich bin damit nicht getötet. Jetzt reicht's. Das Tröpfchen darf eigentlich sterben. Weil ich... die anderen ja da will. Wobei es kriegen alle dieselbe Erfahrung, oder? Ich weiß das nicht. Knochenspinne? Also eine Sternchen. Du bist gut gegen das Vieh. Vor allem aufziehen sagt mir Schaden. Das ist ja das einzige, was wir benutzen. Er haut ihn zwar gerade richtig hart, aber naja. Komm, boxt ihn um. 524. Ist das traurig. Es ist so overpowered das Vieh. Komm, sei zuerst dran. Dann sei ihm nicht zuerst dran. Warum hat er endlich 327 Lebensruf bekommen, wenn er noch 124 hat jetzt? Hä? Wenn ich ihn aufladen, eigentlich nicht. Eigentlich will ich so viel Schaden wie möglich jetzt verursachen. Ich hoffe, ich komme durch. Du heilst. Dann mache ich auch aufladen nochmal. Du heilst. Du heilst nochmal. Ja, dann. Du das. Ich hätte erst aufladen sollen und dann aufziehen. Kann das sein? Ja, wie dumm ist denn der Tänzer? The fuck. Wozu gibt es denn sowas? Oder heilt der auch? Heilt der auch Viecher, die nicht auf dem Feld sind? Dann wäre er nützlich. Aber sonst war das jetzt gerade... Schwachsinn. Ja, Glück, äh, ich habe dich umgelaunen. Kriege ich was dafür? Simulieren. Ich sag simulieren. Ich kriege also nichts. Okay, aber ich würde sagen... Ich laufe jetzt dahin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann ist es schon wieder soweit. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis dahin euch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr Allergien habt, geht nicht zu viel raus. Tschüss.